Kurze Pause. Okay. Ja. Okay. Ich möchte mit den Leuten sprechen, zu denen ich eine Verbindung gefühlt habe. Danke. Ich bin ein ehrlicher Typ. Hallie, du hast vor Energie gestrahlt, als du am ersten Tag die Treppe runterkommst. Auf der falschen Seite. Da wusste ich, die ist wie ich. Aaron würde keiner Fliege was zu Leide tun. Netter Typ. Aber warum bemüht er sich dermaßen? Es gibt durchaus Leute hier, denen ich vertrauen möchte. Doch erst müssen sie sich beweisen. Vielleicht will ich gar nicht gleich in die Villa zurück. Das könnte bei manchen Leuten nicht so gut ankommen. Daran sollten wir denken. Ich will nicht gierig wirken. Ich bin nervös, was die Abstimmung betrifft. Ich werde mich wohl erst heute Abend entscheiden. Im Moment bin ich noch total verwirrt. Das wird heftig. Ja. Nach dem krassen Intro gestern Abend können wir uns auf was gefasst machen. Ja. Und los. Das wird heftig. Das wird heftig. Das wird heftig. Das wird heftig. Untertitelung des ZDF, 2020